Reflexion und Refraktion des Lichts bestimmen unseren Alltag. Sie sind uns bekannt als Spiegelung und Brechung. Hier für einen Laserstrahl, der durch einen Plexiglas-Körper läuft. Genau wie diese optischen Wellen ihre Richtung beim Wechsel in ein anderes Ausbreitungsmedium ändern, tun das seismische Wellen auch. Durch die Reflexion und Refraktion seismischer Wellen kann man den Erduntergrund erkunden. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie es die Reflexion und Refraktion seismischer Wellen ermöglichen, die Erde zu durchleuchten. Grundlegend sind dafür das Reflexionsgesetz und das Snellius-Scherbrechungsgesetz. Beide werde ich mithilfe des Heugenschen-Prinzips herleiten. Eine Konsequenz daraus ist die seismische Kopfwelle, welche in der Refraktionsseismik eine bedeutende Rolle spielt. Warum werden seismische Wellen reflektiert und refraktiert? Eine Antwort darauf gibt das Heugensche Prinzip, das von Christian Heugens 1678 veröffentlicht wurde. Es erlaubt die Herleitung beider Phänomene mit grafischen Mitteln. Nach dem Heugenschen-Prinzip ist jeder Punkt einer Wellenfront Ausgangspunkt einer Elementarwelle. Das ist eine neue Welle, die sich mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Mediums radial-symmetrisch ausbreitet. Die Überlagerung oder Superposition aller Elementarwellen bildet die neue Wellenfront. Das ist die Linie durch die gleiche Schwingungsphase dieser Wellen. Stellen Sie sich eine ebene Wellenfront vor, auf der nebeneinander unendlich viele Elementarwellen erzeugt werden. Um es in der Animation übersichtlicher zu gestalten, sind hier nur einige ausgewählte Ausgangspunkte dargestellt. Auf der Wellenfront entstehen diese Elementarwellen gleichzeitig und breiten sich in einem homogenen Medium mit konstanter Geschwindigkeit aus. Die Überlagerung der vordersten Wellen bildet nun die neue, wiederum ebene Wellenfront. Für eine gekrümmte Wellenfront funktioniert das analog. Mit diesem Prinzip lässt sich nun die Reflexion erklären. Die ebene Welle fällt auf eine Schichtgrenze, an der sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der seismischen Wellen ändert. Dabei entsteht nach Heugens an jedem Kontaktpunkt eine neue Elementarwelle, die sich mit der Mediumsgeschwindigkeit ausbreitet. Da die Kontaktpunkte im Beispiel von links nach rechts wandern, haben sich die zuerst erzeugten Elementarwellen weiter ausgebreitet, als die später erzeugten. Dadurch ist die neu entstehende Wellenfront zur Schichtgrenze geneigt, und zwar gespiegelt zur ursprünglich einfallenden Welle mit demselben Winkel Alpha zum Lot. Das besagt nichts anderes als das Reflexionsgesetz, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. An einer Schichtgrenze werden die Wellen nicht nur reflektiert, sondern auch refraktiert, also gebrochen. Trifft eine ebene Wellenfront auf eine Grenzfläche zu einem Medium mit unterschiedlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit wird ein Teil der seismischen Energie in das untere Medium hineingebrochen. Das Verhalten kann man wieder mit dem Heugenschen Prinzip ableiten. An jedem Kontaktpunkt der Wellenfront mit der Schichtgrenze entsteht zunächst eine Elementarwelle. Im Beispiel soll das untere Medium eine niedrigere Geschwindigkeit haben als das obere Medium, V2 kleiner V1. Die dort neu gebildeten Wellen pflanzen sich nun langsamer fort, ziehen also kleinere Kreise als zur selben Zeit im Ausgangsmedium. Verbindet man die kreisförmigen Wellen, zeigt sich eine neue Wellenfront. Deren Winkel ist abhängig von der Mediumsgeschwindigkeit, und es ergibt sich das Nellius-Sprechungsgesetz Sinus Alpha 1 geteilt durch V1 gleich Sinus Alpha 2 geteilt durch V2. An einer Grenze zum langsameren Medium wird zum Lot hingebrochen, zum schnelleren Medium weggebrochen. Die seismischen Geschwindigkeiten in der Erde nehmen typischerweise mit der Tiefe zu. Die Strahlwege Richtung Erdinneres werden also vom Lot weggebrochen. Die Strahlen, die zur Oberfläche zurückkehren, werden zum Lot hingebrochen. Das ist der Grund, wieso Strahlwege typischerweise gekrümmt durch die Erde verlaufen. Trifft nun die Wellenfront gerade so auf die Grenzfläche, dass Alpha 2 gleich 90 Grad wird, verläuft der refraktierte Strahlweg entlang der Schichtgrenze mit der schnelleren Ausbreitungsgeschwindigkeit V2 des unteren Mediums. Der dafür nötige Einfallswinkel berechnet sich nach Sinus von 90 Grad geteilt durch V2 ist gleich 1 durch V2 ist gleich Sinus des kritischen Winkels Alpha C geteilt durch V1. Daraus folgt für den Sinus AC gleich V1 durch V2. Bei seinem Weg entlang der Schichtgrenze strahlt er ständig seismische Energie nach oben ab, wiederum unter dem kritischen Winkel Alpha C. Und so kann er an der Erdoberfläche gemessen werden. In der Seismik nennt man eine solche kritisch refraktierte Welle auch Kopf- oder Mintrop-Welle. Sie ist speziell dazu geeignet, um die Lage und den Verlauf von Schichtgrenzen im Erduntergrund zu untersuchen. Auf ihr basiert die Methode der Refraktionsseismik. Wie lassen sich nun diese beiden fundamentalen Ausbreitungsmuster Reflexion und Refraktion nutzen, um die Struktur im Inneren der Erde zu untersuchen? Im Allgemeinen nehmen die seismischen Ausbreitungsgeschwindigkeiten in der Erde mit der Tiefe zu. Das liegt hauptsächlich an der mit der Tiefe ansteigenden Dichte. Daher existieren in der Erde viele Schichtgrenzen, an denen Kopfwellen prinzipiell auftreten können. Die Kopfwelle breitet sich im Untergrund mit der Geschwindigkeit des tiefer liegenden, schnelleren Mediums aus. Ab einer gewissen Entfernung von der Quelle treffen also die Kopfwellen vor der direkten Welle an der Erdoberfläche ein und können daher besonders gut beobachtet werden. Anders als bei der Darstellung des optischen Strahlwegs am Anfang des Videos, kann man seismische Wellen nicht ohne weiteres sehen. Aber wir können ihre Ausbreitung mit Computern simulieren, denn wir kennen die seismischen Wellengleichungen und damit die Ausbreitungseigenschaften seismischer Wellen. Nimmt man zwei homogene Schichten an, wobei die untere eine höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit der seismischen Wellen aufweisen soll, ergibt sich ein solches Wellenfeld. Schwarze und weiße Bereiche kennzeichnen die Wellenfronten. Noch einmal verlangsamt. Sie sehen, wie sich die Welle von ihrer Quelle aus ausbreitet. An der Schichtgrenze wird sie jetzt reflektiert und nach oben zurückgestrahlt. Gleichzeitig bildet sich schwach die Wellenfront der Kopfwelle aus, die hier als gerade Linie zu erkennen war. Ab einer gewissen Entfernung trifft die Kopfwelle noch vor der direkten Welle an der Erdoberfläche ein. Durch ihre höhere Geschwindigkeit überholt sie diese im Untergrund. Sie haben in diesem Video gelernt, wie Reflexion und Refraktion, also Spiegelung und Brechung, mithilfe des Heugenschen Prinzips hergeleitet werden können. Beide Phänomene treten an Schichtgrenzen im Untergrund auf. Bei der Reflexion wird seismische Energie an einer Schichtgrenze direkt nach oben zurückgestrahlt. Bei der Refraktion oder Brechung von Wellen dringt Energie in das untere Medium ein und wird je nach Ausbreitungsgeschwindigkeit zum Lot hin- oder weggebrochen. Die Kopfwelle ist eine spezielle gebrochene Welle. Sie läuft entlang einer Schichtgrenze mit der Geschwindigkeit des unteren, schnelleren Mediums. Heute können nicht nur einzelne Wellenlaufwege, sondern ganze Wellenfelder mit Hochleistungsrechnern simuliert werden. Das ermöglicht detaillierte Einblicke in die Erde, die zum Beispiel das Auffinden von Rohstoffen erleichtern. Das erotene Meise und wiederum Wirkliche im Untergrund auf das Verrückung des Untergrund auf das Herzblaschen 2,0-0-2014-2015-1915-1937L 1,0-0-1216-19 stringenten